Willkommen zu Elder Scrolls Online Episode 1550 und die 23. im Diebesgilden DLC. Okay, das ergibt gerade keinen Sinn. Nun, das hat einen Grund. Also, es ist wie folgt. Ich habe eventuell vielleicht vor vielen, vielen Jahren einen Fehler gemacht. Das zeige ich mich mal persönlich, um das Ganze mal zu erklären. Also, wenn du gerade aus Folge 625 kommst, dann ist alles korrekt. Dann hast du alles richtig gemacht und dann geht es genau hier in Nahtlos weiter. In der letzten Episode war ich ja irgendwie noch in diesem komischen Schlund von Lorquatsch, glaube ich. Um nichts zu tun, weil ich komplett verwirrt war, warum es nicht weitergeht. Es ist wie folgt. Anscheinend muss man, um in der Diebesgilde weiterzukommen, in der Diebesgilde weiterkommen. Sprich, man muss irgendwie aufsteigen. Das habe ich, wie soll ich sagen, vergessen. Ich habe es nicht gemacht und ich habe es nicht gerafft, dass das so ist. Ähm, und das hat jetzt zur Folge, dass ich jetzt so, naja, 900 Episoden lang immer gedacht habe, die Diebesgilde hat einfach irgendwie komisch geendet und habe nie gemerkt, dass es lauter lose Enden gibt, wie zum Beispiel mit Jollisch leicht leise, der ja irgendwie noch nicht so richtig fertig war. Die ganze Story kam nicht raus und generell überhaupt. Und deshalb mache ich das jetzt im Nachhinein. Ähm, jetzt sind jetzt 900 Episoden vergangen. Ich habe mir die, es sind ja noch 20 Stück, schnell noch nachgeguckt, was da drin ist, habe mir die Dialoge durchgeskippt, damit ich, wie es dort Phase ist. Aber trotzdem, äh, bin ich nicht mehr 100% drin, ne? Muss man mal bedachten. Ich versuche, falls du das gerade kontinuierlich guckst schon 625, nicht allzu viel auf die Inhalte der anderen, äh, Sachen einzugehen, die danach alle kamen. Also, quasi alle DLCs. Also, alle, alle. Ich bin irgendwann noch, habe noch die Dunkle Bruderschaft gespielt und ich werde mich ziemlich sicher, wenn ich die Leidensklinge ein paar Mal einsetze, obwohl das irgendwie nicht so nett ist für die Leute, weil ich mal neulich ein bisschen nachgelesen habe und die Leidensklinge schickt die Leute ja direkt in die Lehre, nach Sositis oder zu Mephala, und wer auch immer wirklich hinter Sositis steht. Ähm, nun, unschön. Aber trotzdem werde ich das gute Stück benutzen, weil das macht das, äh, bestimmt leichter. Also, da kommt das Ding her. Und ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert an meinen Charme. Außer vielleicht die Maske aus dem Haus der Trommereien, die ich sehr mag. Egal. Für die Leute, die jetzt hier aus Folge 1549 kommen, was das Blackboot DLC war, eine kurze Zusammenfassung. Was passiert ist? Nur mit Worten, ich habe keine Lust, etwas zusammenzuschneiden. Also, wir wurden von einer angehenden Diebe namens Quen angeheuert, den sogenannten Geowessen-Schädel in der Fullstrom-Heimstätte zu stehlen. Dort angekommen wurden wir von einem Typen namens... Oberinspektor Ranbik gestellt, der, äh, uns, äh, gesagt hat, dass wir anscheinend Mitglied der Diebesgilde sind, dass wir sofort inhalten sollten, die Diebeschädel zurückgeben haben wir nicht getan. Dann wurden wir von einem Typen namens Schleichtleise gerettet. Der hat uns hier nach Abbas Landung gebracht, diesen wunderprächtigen Ort, wo gerade ein bisschen das Wetter nicht so großartig ist. Ähm, dort haben wir die amtierende Gildenmeisterin, Saira, Saira? Saira kennengelernt. Äh, die anscheinend die letzte ist, die von einem größeren Diebeszug für die, in die Krypta von... Oh, jetzt habe ich schon vergessen, irgendeine Magistra. Auf jeden Fall, die haben einen großen Diebeszug hinter sich, der nicht so ganz gut geklappt hat. Und die Anverwandten der entsprechenden Besitzerin dieser Krypta haben, dann hat das Eisenrad und scheint eine größere aufgestellte Soldnerhorde der Diebesgilde hinterher geschickt. Und dessen leben die jetzt in der örtlichen Zisterne, wo sie ein bisschen verzweifelt sind. Und generell überhaupt nicht so ganz klar kommen. Äh, wir haben noch ein bisschen übergeholfen. Nebenbei haben wir noch ein bisschen die persönliche Geschichte von Gwen erkundet. Die nämlich ist, äh, war eigentlich ihren Vater hinterher. Und der wollte den Geowesten Schädel nur stehen, um mit der Diebesgilde zu reden, um mehr über ihren Vater rauszukriegen. Der ist übrigens tot. Haben wir rausgekriegt bei einer Fürstin namens... Saarold... Ne, war das Saaroldo? Hieß er. Ähm... Verdammt. Fürstin Sulimar. Genau. Äh, da sind wir noch am Verarbeiten dran. Das ist noch nicht so ganz fertig. Und das ist im jeden Fall der Vater hinterher. Sie macht sich jetzt nur ein bisschen Vorwürfe. Nebenbei haben wir dann auch rausgekriegt, dass ein lokaler Handels... Kaufmann irgendwas... Andere Händler... Irgendwie unter Druck sitzt. Er heißt Kosch. Der anscheinend gemeinsame Sachen mit dem Eisenrad macht. Das wissen wir, weil wir eine Spur verfolgt haben in die Zitadelle des Eisenrads. Nämlich die Zitadelle von... Noschira. Ähm... Dorthin gehört hat uns eine... Eine Dunkelelfin namens Welsa. Die auch früher bei der Diebesgilde war, aber schon vor einiger Zeit ihren Rückzug angetreten hat. Und sich jetzt mehr um ihre botanischen Gärten kümmert. Sie selbst hieß eigentlich ursprünglich einmal Welsa Arendes von Dress. Hat aber die Familie Dress verraten, weil sie diverse Sklaven befreit hat. Unter anderem um ihre Lieblings-Khajiit Narani, die wir durch den Knurkar aufgelesen haben, zu retten. Aber wie ist der Kontakt zwischen den beiden dann abgebrochen? Ähm... Unser guter Kumpel, der Agonia, schleicht leise. Wiederum war anscheinend in der Vergangenheit das Haustier einer... Oh, was war denn das? Bretonin? Egal. Auf jeden Fall hieß Anis Velmont. Oder Familie Velmont. Selber dachte ich zu dem Zeitpunkt eher, dass sie Freunde waren. Aber die gute Anis ist mittlerweile noch nicht ganz so drauf. Diese Story ist noch nicht vorbei. Da sollte eigentlich noch was kommen, damit das weitergeht. Und ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Wir haben ein paar Nebenquests gemacht. Wir haben irgendwelche Heizhandgrotten und haben irgendwelche Segel bemalt. Aber das war auch nicht so relevant. Und jetzt machen wir den eigentlichen Inhalt weiter. So blenden wir mal das Interface ein und rennen hier mal wirklich rum. Wie gesagt, ich hab tatsächlich auch Miri dabei. Warum ist meine Minimap schon wieder weg? Oh. Irgendwelche Leute spammen hier rum. Das ist ja großartig. Nun gut. Trotzdem, wo ist meine Minimap? Die war gerade noch da. Das nervt jetzt ein bisschen. Schön, dass ich sowas wieder live mache. Oh. 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 Hahaha. Es könnte sein, dass die Minimap das Interface ausblendet. Deswegen wäre es schön, dass ich sowas live mache. Ähm. Ja genau. Das ist ein riesen Ding. Wunderprächtig. So. Nervt mich auf jeden Fall tierisch. Aber ich hab mittlerweile, wie man hier sehen kann. Im Fortschritt. Ich hab genug Nebenquests gemacht, um das zu schaffen. Und deswegen haben wir jetzt hier auch alles hingekriegt. Tatsächlich gibt es nicht mehr allzu viele Quests hier ansonsten rum. Es liegt hier irgendwie noch ein todsicherer Plan von Andari rum. Und dann ist was so Nebenquests, die auf der offenen Spielwelt liegen. Ist es hier ernsthaft beschränkt? Also das ist... Ich weiß nicht, ob ich noch andere finden kann. Aber im Großen und Ganzen waren wir eigentlich überall. Also allzu viel Inhalt werden wir hier aus der Diebesgegen-Quest wahrscheinlich nicht rauskriegen. Ich werd mich auf jeden Fall erstmal zur Cisterne begeben. Ich hab mich jetzt natürlich klugerweise hier in den Hafen gestellt. Aber nun gut. Ich hab relativ viel Zeit gebraucht, um mich diese ganzen 20 Episoden anzugucken. Ich hab wirklich eigentlich nur durchgeskippt. Übrigens kleiner Pro-Tipp. Mit J und L kann man auf YouTube, zumindest auf dem Desktop, immer 10 Sekunden vorausspringen. Was ganz praktisch ist, wenn man schnell Videos durchspüren möchte. Also es geht nicht beliebig schnell, weil das Springen funktioniert nur so lange gut, wie immer die Chance, die er schon vorgespult hatte. Was in der Regel nicht mehr als 20 Sekunden sind. Also wenn man das schnell hintereinander benutzt, dann passiert da einfach gar nichts. Und dann springt man halt nicht wirklich gut voran. Na gut. Äh, genau. Und hier... Handaria hat direkt die nächste Hauptquest. Okay, dann ist das in der Fall. Genau, und das ist Farenda, der übrigens die Nebenquest hat, die mir die Liebeskipp-Punkte bringen. Habe ich nicht gemacht. So, ich bin jetzt kurz mal überlegen, mit wem ich jetzt beste rede. Es läuft alles auf die gleiche Quest hinaus, bin ich mir relativ sicher. Und das ist ja übel düster. Äh, Holla Schöner. Ja, mit der hab ich mal geredet vor langer Zeit. Ich gebe diesen steifen Krägen die Schuld. Ja, genau, die tut so als Dings. Sitzt Gwen eigentlich noch irgendeiner Kiste hier drauf? Ich weiß leider nicht mehr so richtig, wie der Stand war, wo die ganzen Charaktere waren. Weil ich wüsste zumindest, wer immer alles ist. Für eine Diebesgilde ist das ein mickriger Schatzhort. Ihr solltet etwas stehlen, um ihn aufzupeppen. Carys Wunschliste? Uh-huh. Okay, wir fangen mit dem Buch an anscheinend. Aufgepasst, Frischfleisch! In der Vergangenheit erwiesen sich die besten Mitglieder der Diebesgilde, als sie ist rufig würdig. Indem sie die seltensten und kostbarsten Schätze stahlen, derer sie von einigen sehr mächtigen Leuten tamerell habhaft werden konnten. Doch diese Art von Aufmerksamkeit könnten wir im Augenblick wahrhaftig nicht gebrauchen. Ich meine das ernst. Die Gildemeisterin ist jedoch der Ansicht, es sei für eine Truppe wie ihr es seid, wichtig eure Fähigkeiten zu verfeinern und euch zu profilieren. Aus diesem Grund habe ich ein Inventar einzigartiger Gegenstände zusammengestellt, zu deren Rettung niemand eine Armee ausschicken würde. Also findet sie, stehlt sie, stellt sie als Beweis für eure Tat im Diebesnest aus. Dies dient ausschließlich der Prahlerei und dem Ansehen, hier geht es nicht um Gold. Also kommt nicht zu mir und erwartet, dass ihr für diesen Krempel Reichtümer als belohnt gehaltet. Abbas Landung, die groß, 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 ihr versteht worauf ich hinaus will, großen Lefer eines Bankiers zu zeigten, als Prinz Hugh noch lebte, nutzte die wiederum in seinem Besitz gelangenden Begräbnis unter dieses Armtropfs als Blumentopf. Die Magiergilde führt für eine der Baumtarn-Restaurierungsarbeiten einer alten Reihe seltsam lebendiger Bücher durch. Ich schätze, ihr sollt sie regelmäßig gießen. Auredon Gratwald Es gibt eine Puppe, die als Ersatz für eines der Mitglieder der Camoran-Dynastie dienen sollte, nachdem er in der Schlacht gestorben war. Ich nehme an, sie haben ihn gefunden, denn die Puppe sitzt nun in der Botschaft Staub an. Alle Kirwüste Ein reicher Gastwirt, draußen in der Wüste, besitzt irgendeine alte Schüssel, vor denen er behauptet, sie sei ein Familienerbstück, die seine Linie auf irgendeinen Rovada-Helden zurückführt. Der Schein mag trügen, aber ich habe meine Zweifel. Sturmhafen Der erste König von Vegisru mag ja ein guter König gewesen sein, doch er war ein entsetzlicher Dichter. In der Magiergilde hat man ein unveröffentlichtes Buch seiner kreativen Schaffens archiviert. Wir werden nicht darauf bestehen, dass ihr daraus voll ist. Bankorai Einer der besser organisierten jokutanischen Eroberer musste auf massive Briefbeschwerer zurückgreifen, um sein Inventarliste Herr zu werden. Ich sag's gleich vorweg. Kann sein, dass ich den einen behalte. Glendumbra Einem der Teppiche, welche die Burg von Deutschsturz schmücken, werden magische Eigenschaften nachgesagt. Ich weiß nicht, weshalb man so etwas einem aussetzen lässt, aber ihr solltet es zu einem Vorteil einsetzen. Kluftspitze Die Kriegergilde soll einem Stapel Briefe der Prinzessin von Schornhelm verwahren, die sie an Fürst Emmerich geschrieben hat, bevor er sie für Prinzessin von Schilfwacht absolviert hat. Klingt bekannt. Ostmarsch Die Leute in Ostmarsch erzählen, König Joron hätte eine uralte Dürmerverrichtung in Auftrag gegeben, die er seinen nächsten Bankett in den Teufeltafelaufsatz krachen ließ. Die Magiergilde von Ort ist dabei das Ding zu reparieren. Steinfälle In einem der Gastholder liegt ein altes Wappen aus der Entstehungszeit des Ebenheitspaktes, das nun im Keller Rost ansetzt. Anscheinend hängt nicht gerade ihr Herzblut daran. Schattenfan Es gab einmal einen sonderbaren Stamm, der in Schwarzmarsch Seite an Seite mit den Agonien lebte. Es ist wenig überraschend, dass sie alle tot sind, doch die Agonia bewahren immer noch einige Artefakte auf. Ich glaube, sie haben da unter anderem eine religiöse Schaufel, die Erfolg anbetet. Deschan Meistens sind Dürmer-Artefakte äußerst hochpreisig, doch ich habe mir zu einem Banner, das heruntergerissen und in Gramfest eingelagert wurde, einen Tipp geben lassen. Lass es an der Geschichte mehr dran. Rift im Grund von Iskramor von der Kriegergibler angebetet. Sie wird ihr ein Schwert am Herr geben, aus dem selben Gefäß zu trinken, aus dem er getrunken hat. Doch es gibt da einen alten Weinschlauch von ihm, der unangetastet herumsteht. Ist das eine Sammel-Quest? Ist es, oder? Also die hat jetzt keine Quest-Quest-Quest, aber die habe ich bis jetzt noch nicht beachtet, die Karis-Wunschliste, aber das ist eine Sammel-Sammel-Sammel-Quest, ne? So, ich muss mal übrigens gucken, mit wem ich jetzt am ehesten rede. Wir sind mit der Haupt-Question immer noch kein Video weitergekommen, aber theoretisch könnte ich das und ich bin in die falsche Ecke gelaufen. Das ist wirklich schrecklich düster hier. Mit der Firma hat eigentlich, ich könnte ja nicht mehr das Licht hier ausmachen. Gerade für meine Anfangssprache hatte ich meine, das ist immer noch nicht heller, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ich hatte für meine Anfangssprache gerade meine großen Lampen angemacht und die leuchten mir natürlich hart ins Gesicht. Das macht das ein bisschen schwierig. Ich sehe hier wirklich nichts, das ist ja schrecklich. Warum ist denn das hier so düster? Man könnte ja fast meinen, diese Leute hätten was zu verbergen. Verdammt. Äh, ist das hier, das hier sieht aus aus in der Treppe. Äh. Okay. Was halt personal ist. Ich komme ja echt nicht rüber? Okay, gut, ähm. Das beendet dann unser Abenteuer in die Diebesgilde. Ertrunken im Becken der Zisterne. Mo, du willst jetzt, ich würde hier gerne raus. Hier. Hallo? Wie konnte das denn passieren? Irgendwo konnte ich hier gerade stehen, ne? Dann könnte ich mich jetzt ein bisschen raus teleportieren. Alter! Alter! Ich will hier raus! Ah, ist das dumm. Du kommst hier vorne nicht rüber, das ist glaube ich... Hä? Du kommst über dieses, 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 dieses Dings hier nicht drüber, weil das irgendwie... Jetzt. Das ist glaube ich nicht vorgesehen, dass man da rausfällt. Haha. Schön. Ähm. Wo waren wir überhaupt lang? Das, 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 das ist der Hauptraum. Wir wollen... Äh. Das ist der Hauptraum. Warte mal. Was ist das hier für den Seitenraum? Also da vorne geht's... Ach genau. Da waren wir gerade lang gekommen. Das, das ist, das ist, das ist dieser komische, das ist der nächste Hauptauftrag. Den wir auf jeden Fall nicht machen möchten. Kleine Erinnerung. Unser letztes, äh. Achso, übrigens nebenbei merkt, falls du tatsächlich gerade aus Episode 645 kommst. 625 fängt übrigens das, dieses Diebesgildenzeug an. Falls du das jetzt noch... Nein! Ich bin schon wieder falsch gekauft. Ah! Ich meine nämlich, ich hab mich in der Vergangenheit ja auch oft davon laufen. Das ist der Hintergrund des Miri Elendes, ein Begleiter, die wir aus Blackwood mitgenommen haben. Ihre Begleiterquests waren tatsächlich die letzten paar Aufträge davor. So bin ich mal sehr gespannt, ob wir jetzt rausgehen. Auf jeden Fall, unsere letzten Indizien waren, dass wir... Dass es so aussah... Hierher! Ja, ja, genau. Dass es so aussah, als würde... Der, dieser große Schatz, der da gehoben wurde, beziehungsweise nicht dieser Voltzug, der schief ging... Vielleicht doch nicht so schief ging, weil der Schatz ist nämlich weg und das... Würde nämlich erklären, warum... Wollen wir die lokale Küche kosten? Ich verhungere gleich. Ja, sicherlich doch. Äh, dass die... Dass das Eisenrad dessen so beharrlich hinterher ist, weil die glauben, dass die Diebesgild tatsächlich den Schatz hat von der Magistra irgendwas. Okay, wir müssen anscheinend wirklich mit Trag reden. So, na gut, dann nehmen wir mal die Hauptquests an. Hallo, Trag im Dunkeln. Saira braucht euch. Es ist immer wichtig, aber diesmal ist es besonders wichtig. Wissen wir warum. Unser gescheiterter Versuch, Magnifica Valoras Mitgift zu stehlen. Wenn wir das Grab mal mit leeren Händen verlassen, warum glaubt das Eisenrad dann, dass wir sie haben? Und wenn sie weg ist, wer hat sie dann gestohlen? Saira braucht euch für die Suche nach Antworten. Ja. Na ja, genau. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Trag kennen wir übrigens schon früher. Na gut, ähm, wo ist sie denn gerade? Ihr findet Saira im Nest. Sie ist ein wenig in sich gekehrt. Das geht mich zwar nichts an, aber ich dachte mir, ihr solltet das wissen. Aha. Na gut, kannst du... Wer ist eher was über den Mitgiftbeutezug? Genauso viel wie der Rest von uns weiß. Nikolas, unser ehemaliger Gildenmeister, hatte vor, Magnifica Valoras Mitgift aus ihrem Familiengrab zu stehlen. Er nahm Saira und ein paar andere mit. Die Besten unserer Gilde. Saira war die einzige, die lebend rausgekommen ist. Und dann? Saira hat nicht über die Einzelheiten gesprochen. Sie schaute ihren Freunden beim Sterben zu. So viel weiß ich. Nikolas war nicht gerade wie ein Vater zu ihr, doch seinen Tod hat sie am härtesten getroffen. Aber wie kann das Eisenrad glauben, dass wir die Mitgift haben? Wir dachten, man würde uns für unseren fehlgeschlagenen Versuch bestrafen. Aber ihr habt Oberinspektor Ranbik ja selbst gehört. Die Mitgift wurde gestohlen. Aus irgendeinem Grund denkt das Eisenrad, dass wir sie haben. Und sie werden uns weiter nachsetzen, bis sie etwas anderes denken. Oder wir sie ausgelöscht haben. Wäre ja immer eine Option, nicht wahr? Nun gut, ähm, ja, warum machen sie sich so verunter, wie man angehört, dachte ich. Eine Mitgift ist wie ein Sack voller Münzen. Wenn er voll ist, dann will jeder was von einem. Dann fühlt man sich wichtig. Und vielleicht ist man das sogar. Doch wenn er leer ist, dann hat niemand Zeit für einen. Deshalb verlässt sich Magnifica Verlora darauf, dass das Eisenrad die Mitgift findet. Wie auch immer sie die bezahlt. Also die Macht des Eisenrads ist so ein bisschen krass, nicht mal eine Abbas-Landung. Ist halt nicht so riesig. Ich glaube, die Reunion heißt eigentlich Hees Fluch, ne? Ich habe das vorhin Few ausgesprochen. Das war natürlich falsch. Das heißt Hees Fluch. Ein bisschen schwierig für mich, das Wort auszusprechen. Nun gut. Warte mal, warum ist das nicht so schrecklich dunkel in diesem Ort? Reden wir mit Saira. Ach, das ist Kari, die... Gerüchten zufolge hat die Gildenmeisterin Größeres mit euch vor. Schon bald werdet ihr euch nicht mehr mit unbedeutenden Diebstählen abgeben. Das wird sich sichtbar negativ in unseren Zahlen niederschlagen. Warum eigentlich negativ? Das Team auf jeden Fall ist der Liste. Ich glaube, ich habe schon mal mit ihr geredet vor ewiger Zeit. Buchhaltung, Inventarisierung, mit dem Umstand klar zu kommen, dass es nutzlos ist, einen Haufen wie euch dazu bringen zu wollen, ehrlich zu sein. Habt ihr auch nur eine Ahnung davon, wie schwer es ist, in einem Diebesnest auf die Kisten aufzupassen? Das ist, als würde ich auf meine Schwester aufpassen. Nur noch... Ich weiß nicht, wie viele Male schwerer. Auf jeden Fall eine Menge. Viel Schlaf bekomme ich nicht. Mhm. Jetzt ist das so eine Diebesoperation, wenn man die ordentlich laufen lässt, braucht man bestimmt eine Menge Organisationen, ne? Weil an sich ist es ja eigentlich wie Handel. Ein Händler verdient Geld damit, indem er eine Ware irgendwo günstig kauft und woanders teuer verkauft. Und das ist ja ein Delta, was dadurch entsteht durch den Orden. Wenn du Sachen klaust, ist es ja eigentlich genauso, weil du kannst die Sachen nicht da verkaufen, wo du sie geklaut hast. In der Regel zumindest nicht. Schwester? Oh ja, persönliche Fragen stellen kommt bestimmt gut. Einen Zwilling, auch wenn das schwer zu glauben ist. Ich liebe sie, doch sie treibt mich in den Wahnsinn. Ihr würdet nicht glauben, wie viel sie für Kosmetik ausgeben kann. Beruflich? Na klar. Na, vielleicht zur Hälfte. Das klingt irgendwie grad sehr meta, oder? Nun gut, ähm, die Finanzen? Ich werde dazu nichts mehr sagen, sonst kommt ihr noch auf dumme Gedanken. Falls ihr bezahlt werden müsst, werde ich dafür sorgen, dass ihr alles erhaltet, was euch zusteht. Ich verrechne mich nicht. Vergesst das nie. Ich verrechne mich nicht. Na gut, wie zu hell ist sie hier gelandet? Meine Schwester und ich haben reiche Händler um ihr Vermögen gebracht. Sie verdrehte den Herren den Kopf, während ich deren Buchhaltung verdrehte. Die Gilde bot uns Stabilität und ein Publikum, das unsere Darbietung zu schätzen wusste. Hoffentlich wird sie dies auch wieder tun können. Aha. Ist die Schwester irgendwo hier? Das, das, das klingt ja nach so einem klassischen Con-Man-Dingsbrums. Darzisch? Also ich hab glaube ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit allen Leuten geredet habe. Das ist halt... Mir ist aufgefallen, dass ich in... Damals, vor 2016, wo ich, wo ich die erste Diebesgilde gespielt habe, hab ich noch nach ganz anderen Prinzipien gespielt. Also ich... Ich hab mittlerweile einen sehr viel methodischen Ansatz. Ich bin mir nicht sicher... Für eine Diebesgilde ist das ein niedriger Schatzhort. Ihr solltet etwas stehlen, um ihn aufzupeppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein methodisches Vorgehen, das ich heutzutage in den Tag lege, was halt diese ganzen Questen und so angeht, ob das besser oder schlechter ist. Weil früher war ich halt wesentlich durcheinander und jetzt hab ich halt irgendwie so ein Klaas, alle mit MPC sprechen und so weiter und so fort. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr das gut findet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.